Wir wollen nun einen weiteren Schritt in der Energiedatenanalyse vollziehen, indem wir Lastgangdaten oder Energiedaten, die wir jetzt hier in einer Liste haben, umorganisieren, umorientieren in einer Tabelle, damit wir die Stundenwerte etwas anders bewerten können. Das Ziel soll es sein, dass wir jetzt hier aus diesen Stundenwerten in dieser Liste uns eine Matrix bauen, eine Tabelle bauen, bei der die Stundenwerte in Spalten stehen, die Tage in den Zeilen, also eine neue Matrix bekommen, um daraus dann Tageslastganganalysen zu fahren. Das heißt, die Idee soll sein, dass wir die Tage kennen und für den Tag jeweils die Stundenwerte aufgereiht haben, um dann daraus Erkenntnisse zu ziehen, wie ist so der typische Tageslastgang in einem Unternehmen, in einer Kommune, einer Stadt. Dazu müssen wir aber diese Daten, die wir jetzt hier vorliegen haben, umorganisieren. Das wollen wir uns jetzt einmal angucken. Die Daten habe ich mir wieder von der Bundesnetzagentur, von der Webseite smart.de gezogen. Link zu dieser Excel-Datei wieder in der Videobeschreibung. Was ist jetzt also unsere Idee? Wir wollen aus dieser Liste eine Tabelle machen mit der Funktion Index. Die will ich jetzt vielleicht direkt am Anfang mal einmal zeigen, wie die aufgebaut ist. Wir haben jetzt hier wieder die Hilfe. Grundsätzlich, die Funktion ist sehr einfach aufgebaut. Wir geben also eine Matrix oder eine Tabelle an und sagen dann, aus welcher Zeile und welcher Spalte soll ein Wert entnommen werden und dann einfach ausgegeben werden. Also von der Anwendung her ist diese Funktion Index relativ einfach, also viel einfacher als jetzt in dem vorherigen Video mit der Funktion S verweist oder auch X verweist. Also hier geht es einfach nur um, ich habe eine Tabelle und sage über diese Funktion Index Excel, aus dieser Tabelle hätte ich ganz gerne den Wert, der in der Zeile 2 und in der Spalte 1 steht zum Beispiel. Das ist der Ansatz. Die Herausforderung jetzt hier bei der Energiedatenanalyse ist es, dass wir jetzt eine dynamische Berechnung haben müssen, aus welcher Zeile und Spalte müssen jetzt die Daten genommen werden. In unserem Fall nur die Zeile, weil wir gar keine Spalte haben oder wir haben ja nur eine Spalte, weil es ja eine Liste ist. Wie sieht das jetzt aus? Also wir müssen erst anfangen, wir wollen jetzt die Daten umorganisieren, also das Datum in den Zeilen. Das kennen wir schon, das Prinzip, also der erste, der zweite, der erste, indem wir hier plus 1 rechnen, ziehen das nach unten bis 365. Das Ziel soll natürlich sein, dass es ein dynamisches Tool wird, was wir dort erzeugen wollen, kein statisches System, damit wenn wir neue Energiedaten bekommen, wir die dann auch entsprechend schnell analysieren können. So, 29, 30, 31, da haben wir jetzt also die Tage des Jahres und in den Spalten möchte ich jetzt die Uhrzeiten haben, also 0 Uhr ist der erste Wert, 1 Uhr, 2 Uhr und so weiter. Das ziehen wir jetzt mal rüber, bis wir dann bei 23 sind, bis zur Spalte AC. Gut, so, das haben wir schon mal, können wir jetzt schon ein bisschen breiter machen, damit die Werte reinpassen. Was wir jetzt wollen, ist, dass wir diese Werte jetzt hier übertragen, also Excel soll jetzt in der Lage sein, dynamisch, den ersten Wert, erste, erste, 0 Uhr, in diese Zelle zu schreiben, unserer neuen Tabelle. Und der zweite Wert am ersten, ersten um 1 Uhr soll dann hier entsprechend rein. Was man jetzt machen kann, ist, wenn es jetzt wenig Daten sind, dass wir jetzt den ersten, ersten zu markieren, kopieren und dann hier sagen, einfügen und transponieren. Ich glaube, in Excel, also in dem Standalone-Programm Excel, sieht das etwas anders aus, als hier in dieser Web-Version von Excel innerhalb von der Teams-Umgebung. Aber was ich jetzt machen kann, ist, ich kann einfügen und transponieren und was er dann macht, ist, er nimmt die kopierten Werte, hier sind sie jetzt vertikal, dreht sie auf eine horizontale Orientierung und schreibt sie dann hier hin. Das funktioniert, ist natürlich ein statisches System, das heißt, wenn ich jetzt hier neue Lastgang-Daten hätte, müsste ich das wieder von Hand machen. Das kann also nicht unser Ziel sein, wir wollen ja ein dynamisches Tool haben, damit wir verschiedene Lastgang-Profile, die wir analysieren wollen, im Rahmen unserer Energiedaten-Analyse dynamisch betrachten können. Also, das war der falsche Weg, oder das kann man, dieses Transponieren kann man machen, wenn man wenig Daten das hat und das schnell umorganisieren möchte. Ganz hilfreiche Funktion in Excel, aber nicht das, was wir wollen. Wir wollen jetzt folgendes sagen, wir wollen jetzt diese Index-Funktion nutzen, gucken wir uns die nochmal an, wir haben jetzt hier unsere Liste. Spalte brauchen wir nicht, wir müssen wissen, in welcher Zeile stehen unsere Werte. Da machen wir einen kleinen Zwischenschritt. Gut, wir wissen, hier muss der erste Wert aus unserer Liste rein, hier muss der zweite Wert rein, hier muss der dritte Wert rein. Das heißt, hier bei 2 Uhr, da wollen wir diesen Wert haben, das ist der dritte Wert in der Liste. Und hier kommt der 25. Wert aus der Liste rein. Warum? Das ist hier bei der 25, das ist dieser Wert hier unten, zweiter, erster, 0 Uhr. Den wollen wir an diese Stelle kopieren oder angezeigt bekommen. Wir wollen uns hier diese Liste einmal angucken. Wir sehen das hier unten in der Fußzeile, Anzahl 25, das ist der 25. Wert, den wir dort bekommen wollen. Was jetzt hilfreich ist in dieser Betrachtung, dass man sich erstmal diese mathematische Reihe einmal aufschreibt, also berechnet, welches Listen-Element das ist. Und dann im zweiten Schritt dann diese Index-Funktion verwendet. Das ist, was das Programmieren, was das Debuggen angeht, deutlich einfacher. Also, wie funktioniert das? Also, wir machen jetzt mal das statische Beispiel. Wir haben jetzt hier unsere Matrix, die geht von B2 bis B8761. Da können wir sofort sagen, wir tackern die Zellgrenzen fest. F4 auf dem Windows-Rechner, Command-T auf dem Mac-Rechner. Und dann sagen wir, wir wollen den ersten Wert haben. Gucken wir uns das an. Das ist jetzt genau, ich lösche die Werte hier mal eben raus. Das ist jetzt genau der erste Wert, den wir haben wollen. Das heißt, er nimmt sich aus unserer Liste hier den ersten Wert und schreibt ihn hin. Also, die Anwendung dieser Funktion Index sehr eingängig. Wenn wir den zweiten Wert haben wollen, müsste hier eine 2 stehen. Und wenn wir hier den 25. Wert haben wollen, müssen wir hier hinten als Parameter die Zeile mit dem Wert 25 angeben. So, das funktioniert schon mal. Also, hier steht jetzt der Wert 42.674,6. Den hat er richtig genommen. Das heißt, die Herausforderung eigentlich dieser Energiedatenanalyse und unseres Excel-Tools ist es, eine mathematische Reihe zu definieren, um diese Liste umzuorganisieren in Zeilen und Spalten. Das wollen wir uns jetzt einmal angucken, wie das funktioniert. Wir löschen also hier das wieder raus, damit wir erstmal unsere Zellen definieren. Erster Schritt ist, wir nehmen die Uhrzeit plus 1. Dann steht hier eine 1, 2, 3. Das passt schon mal ganz gut. Also, hier steht der dritte Wert. Eine Sache, die wir direkt machen können, ist, wir können hier schon mal die Zeile festhalten. Also, das Dollarzeichen, wir wissen müssen, oder wissen, das ist immer in der Kopfzeile. Wir halten also die erste Zeile fest. Im Prinzip kennen wir schon. So, hier muss jetzt die 25 stehen. Wie machen wir das jetzt? Also, das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, wir müssen hier nochmal addieren, welcher Tag ist. Wie geht das am einfachsten? Wir nehmen mal hier eine 1, sagen hier, das ist das plus 1. Also, wir rechnen hier quasi die Tage aus. So nicht. Also, wir haben jetzt hier 63. Wir haben die Tage einfach durchnummeriert vom 1.1. bis zum 31.12. Man kann das noch ein bisschen geschickter machen oder ein bisschen kompakter machen, dass man jetzt hier nicht solche viele Hilfsrechnungen hat. Das zeige ich gleich auch noch einmal, wie man da agieren kann. Was brauchen wir jetzt? Also, wir müssen dann an dieser Stelle, die Rechnung ist richtig, plus 1. Aber dann müssen wir hier noch sagen, also, ich mache da mal Klammern drum, damit wir das auch ein bisschen strukturieren, auch wenn wir das mathematisch nicht brauchen. Nein, da muss ich wissen, ich habe diesen Wert hier, d3. Da können wir auch direkt sagen, wir halten mal das d fest für die Spalte d. Mal 24. Wir müssen aber natürlich sagen, das ist, also, wenn ich das mache, dann habe ich hier 49. Das ist der Fehler. Wir müssen hier vom Tag noch einen abziehen. So, da steht hier eine 25. Wenn ich das jetzt hier hochkopiere, stelle ich fest, hier steht eine 1. Also, was rechnet er jetzt? Gucken wir uns diese Funktion nochmal an oder diese Reihendefinition. Also, nimm den Wert hier oben, 0. Stunde, plus 1, damit wir den ersten Wert haben. Weil, da müssen wir aufpassen in der Informatik, wie geht das zählen? Listen, normalerweise in höheren Programmiersprachen, fangen wir mit dem 0. Element an. In Excel natürlich nicht. Excel, das erste Element, hat auch dann 1 als Index. Also, wir haben hier das erste Element und damit wir hier auch diesen Sprung auf den nächsten Tag bekommen, müssen wir hier den zweiten Teil unserer Funktion machen. Also, wir nehmen den Tag, minus 1 als Offset, mal 24 und bekommen dann diese Stundenwerte. Das sollte jetzt klappen. Testen wir das mal, indem wir das mal einmal hier rüber kopieren. und stellen dann fest, also hier müsste das 49. Element sein. Ich dachte, es ist immer sehr hilfreich, hier einmal diesen Zwischenschritt zu ergänzen bei solch einer Umorientierung, um diese Indexierung richtig zu machen. 49. Element, das ist jetzt hier der dritte, erste 0 Uhr. Das ist Nummer 49. Prima. Ja, das heißt, wir können jetzt diese Funktion nehmen und in unsere Index-Funktion packen. Das machen wir mal. Also, wir sagen Index. Jetzt müssen wir die Matrix angeben. Na, das macht er jetzt natürlich ungeschickt über. So, hier hat er die Hilfe noch übergeblendet. Also, diese. Mag er nicht. Moment, das machen wir andersrum. Ich muss diese Web-Version etwas umständig in der Bedingung. Also, das hier ist unsere Matrix, die, wie gesagt, direkt festtackern. Da muss man immer darauf achten, muss man die Spalten und Zeilen festhalten, ob die Dollarzeichen ja oder nein. Und dann müssen wir gleich unsere Funktion einkopieren. Den dritten Parameter brauchen wir nicht. Ich schaute erst mal die 1 rein als Platzhalter. Und nehme dann hier diese Funktion. Kopiere sie hier rein. Muss noch dran denken, dass wir noch einmal hier rüberschieben, weil das ja das F ist. So, also, jetzt haben wir es hier geschafft, dass wir jetzt hier diesen Wert kopieren aus der, oder uns holen, als Rückgabewert der Funktion Index. Also, aus der Liste, die blau markiert ist. Nimm den, und das ist ja dann diese Reihendefinition, nimm den ersten Wert. Wenn wir das jetzt so machen, sollte es eigentlich funktionieren. Hier haben wir jetzt die ersten Tage und jetzt können wir das hier auch noch runter kopieren oder runterziehen, dass er das für alle macht. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, da muss man wieder dran denken, dass er diese Berechnung natürlich richtig macht. So, jetzt haben wir hier alle unsere Werte. Da auch nochmal immer der Tipp, einmal kontrollieren, ob alles passt. Also, erster Schritt, einfachster Schritt ist der letzte Wert. Am 31.12.23 Uhr haben wir eine Last von 40.995,7. Das kontrollieren wir hier in unserer Tabelle einmal und stellen fest, auch hier unten steht dieses Element. Das heißt, wir haben offensichtlich alle Elemente. Das ist schon mal gut. Zweite Probe ist, dass man hier nochmal die Summe bildet über alle Elemente. Also, das sind ja unsere Werte. Das sehen wir jetzt hier unten in der Fußzeile wieder. Deswegen ist diese Fußzeile so nützlich, weil man hier schnell diese Werte erkennt. Also, wir sehen den Mittelwert. 8.760 Elemente haben wir und wir haben hier unten die Summe stehen. Und die können wir nochmal einmal abgleichen, ob die Summe passt. Und wir stellen fest, es passt nicht. Warum nicht? Wo ist jetzt der Fehler? Also, nochmal ganz schnell. Oder ich blende das hier mal ein. Das ist, glaube ich, einfacher, wenn man hier die Summe bildet. Also, wir haben richtig gezählt. Aber, also, Summe. Das ist jetzt die Summe der Spalte. Und das hier ist die Summe. Das sind alle Elemente hier. Alles gut. Er hat richtig gerechnet. Pardon, das war, glaube ich, ein Anzeigefehler in Excel. Also, das hier ist die Zeile. Das ist die Spalte. Ich habe mich gerade schon gewundert, wieso das nicht die Summe ist. Ich erkläre sofort, warum ich jetzt gerade gezögert habe. Also, das passt. Summe ist richtig. Worauf man jetzt achten muss, ist bei diesen Daten. Wir haben zwei Zeitpunkte im Jahr, die diese Energiedatenanalyse durcheinander bringen. Und das ist der Wechsel von der Winter- auf die Sommerzeit, Ende März. Und der Rückwechsel von Sommerzeit auf Winterzeit, Ende Oktober. Denn bei der Datenerfassung ist es so, uns fehlt eine Stunde und wir ergänzen eine Stunde. Da muss man jetzt aufpassen. Also, bei der Last, wenn ich Leistungswerte habe, also Stundenwerte oder auch Viertelstundenwerte, dann kann man das auffangen. Bei Energiewerten kann es sein, oder dann ist es so, der Energiezähler liefert dann einmal Nullwert. Und einmal ist der Wert doppelt so groß, weil wir ja Ende Oktober, beim Rückwechsel von Sommerzeit auf Winterzeit, die Uhrzeit von 2 auf 3 Uhr doppelt haben. Das heißt, da zählt er die doppelte Menge. Bei der Leistung rechnet er die mittlere Leistung über 2 Stunden aus. Da muss man ganz genau aufpassen. Also, Achtung, ich schreibe es nochmal hier hin, damit man sieht. Zeitumstellung. Sommer. Winter. Und zurück. Das ist in der Energiedatenanalyse echt nervig. Was man machen sollte, das ist aber auch sehr mühselig, weil Excel das auch nicht nativ kann, ist eigentlich in der UTC rechnen, also in der Universal Time. Das haben wir auch schon angesprochen in dem Datumsvideo. Das kann Excel nicht automatisch umrechnen. Die UTC kennt keine Sommerzeit, Winterzeit. Das ist ja die Zeit in Greenwich. Wir sind in Deutschland eine Stunde oder zwei Stunden voraus, abhängig ob wir Winterzeit haben oder Sommerzeit. Im Sommer sind wir zwei Stunden voraus, im Winter eine Stunde vor der UTC. Das ist nervig. Wie sich das in Zukunft entwickeln will, die Europäische Union will ja eigentlich diese Zeitumstellung abschaffen, weil die Ideen der Nutzen, der Energiesparung so nicht gegeben ist. Bisher konnte man sich noch nicht so richtig einigen, immer daran denken, die wahre Zeit in Mitteleuropa, also Deutschland, ist die Winterzeit. Was heißt die wahre Zeit? Ich mache mal in Anführungszeichen, die wahre Zeit, heißt höchster Sonnenstand um 12 Uhr. Das ist halt bei der Photovoltaik wichtig. In den Photovoltaik-Daten stellen man fest, dass die größte Produktion an einem schönen sonnigen Tag im Sommer um 13 Uhr ist, weil wir in der falschen Zeit sind. Wir sind eine Stunde zu weit. Das ist natürlich ganz angenehm. Die Sonne scheint länger, es ist länger hell, aber die Urdefinition der Uhrzeit, 12 Uhr mittags, ist der höchste Sonnenstand, haben wir im Winter, nicht im Sommer. Das muss man berücksichtigen. Das ist bei Datenanalysen von Photovoltaikanlagen mit der Zeitverschiebung ein Problem. Wichtig. Also darauf bitte achten. Da kann man sehr leicht in eine kleine Falle tappen. Und wenn man da Stundenwerte hat und dann die Photovoltaik-Daten mit Lastgang-Daten vergleichen will, dann muss man wirklich aufpassen, dass man da keinen Fehler macht. Wir löschen die Spalten wieder raus. Das ist ein kleiner Exkurs. Also, was haben wir jetzt geschafft? Durch diese Reihung mit dieser Index-Funktion haben wir jetzt unsere Daten umorganisiert. Und jetzt können wir halt mit diesen Daten arbeiten. Das heißt, jetzt haben wir hier die Tage, können jetzt hier den Stundenverlauf uns angucken. Das mache ich mal in einem neuen Karteireiter. Ich kopiere mal hier eben diese Stundenwerte raus. Kopiere die rein, zoome nochmal rein, damit wir das besser sehen können. Also hier haben wir jetzt die Stundenwerte. Aber jetzt das Allereinfachste ist, wir machen mal den Median zum Beispiel oder den Mittelwert, aber es ist egal. Ich möchte den Median haben, unserer Tabelle Lastprofil. Das heißt also, in der Null-Uhr-Runde möchte ich haben, berechne mal den Median dieser ganzen Daten. Also, wie ist die Medianleistung um Null-Uhr? So, machen wir hier mal, geben wir der Tabelle mal einen neuen Namen. Das ist jetzt hier die Tabelle Analyse. So, und können dann jetzt hier das hier rüberziehen bis 23 und können jetzt hier ein Grafik oder ein Diagramm einfügen. Nehmen wir hier mal ein Liniendiagramm und stellen fest, das ist jetzt hier, ich will es jetzt nicht großartig umformatieren, das gucken wir uns auch noch in einem besonderen Video an, wie man Diagramme baut. Und, also das ist jetzt das Lastgang-Profil Stromverbrauch in Deutschland über alle Tage des Jahres. Also, typischer Verlauf. Also, aufpassen, hier unten die Schritte, das ist halt, ist die Nummer, das ist jetzt nicht, also 1 ist 0 Uhr. Deswegen aufpassen, wir gucken uns nur den Verlauf an und wollen versuchen, den zu verstehen. Was haben wir jetzt also hier erreicht? Wir sehen jetzt hier, nachts geht es runter, dann geht es halt hier morgens um 6 Uhr langsam rauf. Mittagsspitze, dann geht es hier langsam runter und eine kleine Delle am Abend, dann geht es wieder runter. Also, das heißt, darüber kann man jetzt sehr leicht und sehr schnell eine Datenanalyse machen. Ein weiteres Element zur vertiefen Analyse. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie gut er das jetzt hier hinbekommt. Also, wir markieren mal hier alle Daten. Und ich möchte dann ein Diagramm einfügen. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Hier, Kastengrafik, Fachjargon, Boxplot. Das dauert jetzt ein bisschen. Also, das ist jetzt hier eine sehr gute Darstellung. Wir müssen noch umorganisieren und umformatieren, dieses Diagramm. Aber dieser Boxplot, machen wir mal eine gesonderte Folge zu, wie man jetzt diese Boxplots definiert. Kennt man ja auch vielleicht schon aus der Statistik. Also, über Median, Mittelwert. Diese Kästen geben ja dann an, wie 50% der Werte liegen innerhalb dieser Kästen. Dieser Box ist 50% liegen außerhalb. Wir haben noch diese Whisker-Antennen. Wir haben auch noch Ausreißerwerte. Aber das ist so der Verlauf übers Jahr mit der Spreizung. Also, ein sehr komplexes, sehr interessantes Diagramm, um darzustellen, wie Energiedaten im Jahresverlauf und Tagesverlauf aussehen. Wir sehen hier unten übrigens auch noch zwei Ausreißer. Das sind halt hier diese Offsets aus der Zeitumstellung. Das ist ganz wichtig. Die sieht man hier direkt auch. Das sind Nullwerte. Kann man sich auch nochmal angucken. Also, gerne nochmal mit den Daten spielen. Sich die Datei mal runterladen. Und kann jetzt hier eine vertiefte Datenanalyse machen. Das, wie gesagt, ist nochmal ein gesondertes Video. Hauptaufgabe war jetzt erstmal, diese Funktion Index zu verstehen. Also, was haben wir jetzt geschafft? Wir haben uns jetzt hier ein kleines Tool entwickelt, um unsere Daten umzuorganisieren. Wir haben die Funktion Index kennengelernt, die sehr nützlich ist. Man kann es ja noch verschiedene Sachen machen. Man kann jetzt gucken, ist das ein Werktag, ein Samstag, Sonntag, Feiertag. Um da nochmal zu differenzieren, weil natürlich die Lastprofile an einem Werktag anders aussehen als an einem Wochenendtag. Man kann auch nochmal die Wochentage selber sich angucken. Sieht ein Freitag aus anders als ein Montag oder ein Mittwoch. Immer unter Brüssel, was passiert vor Feiertagen oder an Brückenfreitagen und so weiter und so fort. Also, da kann man sehr viel daraus lesen aus diesen Lastgang-Daten. Deswegen ist diese Datenanalyse und Excel muss für diese fortgeschrittene Analyse die Daten einmal umorganisiert bekommen aus der Liste in eine Tabelle, damit man dann entsprechende Analysen fahren kann. Sehr nützlich und da kriegt man sehr guten vertiefenden Einblick in Energieverbräuche oder auf der anderen Seite auch Energieerzeugungsdaten. Aber insbesondere hier bei den Lastgang-Daten bekommen wir dann sehr guten Überblick über Ausreise, über Verhalten, über wie ein Unternehmen funktioniert und wo dann auch Energieeinsparpotenziale vielleicht identifiziert werden können. bekle ich davonflow-Daten. att